Du bist ein Bierliebhaber und möchtest die Brauereikultur in München unterstützen? Außerdem möchtest du dein erspartes Geld sinnvoll investieren? Dann werde einer von mehr als 1300 Genießern, die bereits über Genussscheine in das Giesinger Bräumünchen investiert haben. Genussschein? Noch nie gehört? Ganz einfach. Du leist uns Geld als qualifiziertes Nachrangdarlehen und bekommst es dann zurück. Darüber hinaus wird deine Investition jedes Jahr mit 8% verzinst. Diese Zinsen erhältst du als Naturalzins in Form von Bierzeichen, die du bei uns im Hofverkauf, im Braustüberl, auf der Auerduld oder bei den angeschlossenen Getränkemärkten für Speis und Trank einlösen kannst. Zum Beispiel für unsere traditionellen, unfiltrierten Biere aus hauseigener Produktion mit besten lokalen Rohstoffen. Kurz, eines der besten Biere der Region. Einheitsbier war gestern. Genießer trinken bei uns. Think Global, trink local. Musik Through the